ja wo bin ich denn jetzt hier wieder leute deutschland versinkt in der hitzewelle und paletto sich ein see gekauft youtube money das musste investiert werden ihr seid natürlich auch alle herzlich willkommen hier mal eine runde zu schwimmen auf meinem see also auch im aber nur wenn ihr euch die neueste folge vom kottbruder podcast bereits angehört habt gibt es auf kottbruder.de oder überall da wo es podcast gibt ich bin jetzt weg leute ich tschüssi